es geht weiter diesmal niemand mit frete ich mal ein bisschen abwechslung wieder mit kohle cv mal eine runde noch wenn du ich hoffe es noch eine runde dann rang 1 auch ein pinnen spiel ok bin ich mal gespannt okay oh West Virginia, okay das ist mal selten ja, West Virginia ich weiß nicht es ist eigentlich ein Stock Colorado, ich hab die Colorado das habe ich nicht richtig gemacht ich habe das glaube, Paron gespielt danach habe ich zuvor ich habe das den Sack übersprungen also irgendwie war es das war mir eigentlich so bleee eklig, Chef durchgeschehen, aber wirklich einfach zu Schluss übersprungen ich habe das ich habe das ich habe das 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 ich hoffe wir uns zerstören was das zu tun hat ich kann schon mal den D an hier reinschicken um zu scouten ja in diese Richtung mehr so hier kommen wir da dann kommen wir hier wenn der zerstörer fährt schon mal kämpfen das ist schon mal ganz gut wenn ich schon mal ein bisschen für Licht sorgen für mein Team ich denke mal die 4 fahren nach Richtung A da ist schon die D-Defbombe die D-Defbombe die D-Defbombe die Flotte hinzuschicken das ist schon mal der Bomber die D-Defbombe die D-Defbombe die D-Defbombe da wenn man seine bau mal die die mitzunehmen Ich kann erstmal die Jäger erstmal zurückschicken Da sind seine Jäger Ich muss auf meine eigene Jäger gerade warten Wir haben so lange die Jäger auch noch Ich muss den Jäger rausnehmen Ich hab mir ein bisschen den Ich hab die Jäger rausnehmen 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 Er wusste genau, was ich vorhatte. Ich habe fast überhaupt keine Eger mehr. Ich habe eine kleine Eger, auf dem einen Anwender. Das ist ein Teil des Läuens. Die Läuens ist ein Teil der Läuens, die Sie in der Läuens. Die Läuens ist ein Teil des Läuens. Ich habe auf der Läuens auf dem Punkt hergestellt. Ich habe auf der Läuens in der Läuens. ja keine chance ich habe gleich keine bomber mehr aber ich habe noch so viele flieger abgeschossen der ist er hat echt die Topps für den Nürnberg mitgenommen, leil! Das ist aber schon ein bisschen ein leichter Körper. Aber noch was ist es ein bisschen zugegültes? Und das ist es nicht ein bisschen zugegültes, dass es noch mehr zweifelt und zerstört, dass es nicht im Raum zu lag, haben wir nicht die Erde eins environments Energie! Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin so der Flagg vor dem Mexiko da ja auch mitschießen. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Ja, da war er nicht dafür ruhig, den Kreuzer da unten. Ja, da war er nicht mehr. Wieso Bomben hast du alles so schön? Ich weiß auch nicht warum, ich hab keine Ahnung was die Bacchani da eigentlich ertreibt. Im Grunde ich hab mir meine Pflicht getan an ACV. Der spielt mit Hydro glaube ich eher. Null Dimmig gemacht. Jupp alles klar läuft. Kann man mit einer Bomberstaffel nur Damage auf dem Kreuzer machen. Ich glaube der CV toppt sich gleich selber. So. Jetzt ist sie sich ich selber getoppt. Läub. So eine Insel. Aber gewonnen. So. 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 So.